Ab dem 1. Dezember 2013 ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die Dachgeschosswohnung liegt in Schwerinfeldstadt. 2012 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Die Dachgeschosswohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 70 Quadratmetern. Inklusive Nebenkosten beträgt die monatliche Miete 650 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020